Hier habe ich Essen fertig gemacht und hier sitzt das kleine Mäuschen. Wartet auf ihr Futter, was? Wartest du auf dein Futter? Du bist immer ganz verrückt. Gleich gibt es was. Du bist eine ganz Liebe. Die Gte der Futter ist ja schlussendlich, aber wir haben keine Leere aus der Futter. Die Gte der Futter ist das Wetter. Und hier kommt er mit dem Wasser raus.